Weißt du, was witzig wäre? Mal nicht über deine Ex zu sprechen. Wie kann ich Perfektion vergessen? Mach die Augen auf. Vielleicht gibt's ja noch einen anderen perfekten Menschen. Hey, kann ich noch irgendwas für euch tun? Willst du meine Frau werden? Ja. Ich will dich heiraten. Ich werde heiraten. Und zwar den hier. Mom, Dad, das ist Katie, meine... Verlobte. 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 Sie zieht ein. Oh Gott, Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, Anderson, ist in Ordnung. Mh, minzig. Das ist gewöhnliche Zahnpasta. Er flippt aus. Du wirkst so nervös. Ich glaube, sie will Sex mit mir. Ich rufe die Polizei. Aber sie lernen sich kennen von der guten und der schlechten Seite. Gut zu wissen. Ich glaube, sie ist genau die, die ich brauche, damit mein Leben wieder in geregelten Bahnen läuft. Beziehungen können kompliziert sein. Warum können zwei Fremde nicht heiraten? Vielleicht trefft ihr euch erstmal wie normale Menschen. Verwandte können furchterregend sein. Dein Dät ist ausgebrochen? Ja. Sorg gut für meinen kleinen Liebling, denn wenn nicht... ...würden sie dich niemals finden. Aber Liebe... ...haut einen um. Stopp! Oh Mann! Jason Biggs Isla Fischer Blind Wedding. Hilfe, sie hat Ja gesagt. David? Es hat mich getreten. Wann ist es so weit? Ich bin nicht schwanger. Ich fühle mich furchtbar. Das ist deine Schuld. Das ist deine Schuld.